Herzlich Willkommen liebe FIFA 13 Ultimate Team Freunde, heute wieder zu einem Inform Review aus dem momentanen Team der Woche Inform Girard von Liverpool aus der Barclays Premier League und kommen wir jetzt mal zu seinen Spielinformationen Girard ist mittlerweile 32 Jahre alt, Größe 1,83, Gewicht 83 Kilo, Engländer selbstverständlich, Nation beziehungsweise Positionen Ich hab mich verlesen, tut mir leid, ZOM und ZM, sein starker Fuß ist der rechte, die Arbeitsrate sowohl in Angriff als auch in die Verteidigung sind beide hoch Schwacher Fuß, 3 Sterne, Spezialbewegung ebenfalls 3 Sterne, die körperlichen Attribute sind für sein Alter eigentlich völlig in Ordnung Antritt 69, Sprungkraft 73, Reaktion 91, Sprintgeschwindigkeit 75, also da ist Luft nach oben, Stärke 85 Ausdauer erwähne ich nicht, da dieser Wert bei allen Spielern in Ultimate Team gleich ist, auch abhängig von der Fitnesskarte Kommen wir nun weiter zu seinen mentalen Antributen, um die zeichnen ihn mit aus Aggressivität 89, Stellungsspiel 82, Übersicht 86 Selbst Abfangen mit 68 ist ein solider Wert für ein ZOM, man muss sagen, er ist ein ZOM Nun eine Fähigkeitsattribute, die sowieso alles weghauen, was möglich ist Ballkontrolle 87, Flanken 91, EFE 90, Dribbling 80, Abschluss 88, Freistoßpräzision 91, lange Pässe 90, Fernschüsse 94 Selbst die Kopfholtpräzision mit 76 ist ein solider Wert, wie ich es vorhin schon erwähnt habe Elfmeter hoch 90, Kurzpass 91, Schusskraft 99, fühlbar, ganz wichtig Fairer Zweikampf sogar noch 72 und Vollis 85 Nun kommen wir zu den Ingame-Werten und ich werde jetzt genauer was zu ihm sagen Was kann man sagen, der Longshot von ihm, allgemein der Schuss ist einfach abnormal krass Der trifft, wann er will, von wo er will, mit links, mit rechts, angeschnitten oder peng, ist ihm scheißegal Außerhalb ist fast jeder Longshot wirklich gefährlich, im 16er zirkelt der alles rein Wenn der Typ schießt, dann ist der Ball, der zerschmettert das Netz, da kennt der gar nichts Das ist einfach richtig krass Dazu sind seine Pässe sehr, sehr solide, davon habe ich leider nicht so viele Szenen, außer ein paar Ecken Aber die lassen, denke ich mal, vermuten, wie geil seine Flanken und Pässe im Grundlegenden eigentlich sind Dazu hat er noch einen guten Stärkewert, kann mit Außenriss schießen, allem drum und dran Er ist für mich ein perfekter ZOM-Spieler Guckt euch mal die Player-Trades an Verletzungsanfällig, zwar nicht so geil, ist aber im Ultimate-Team-Modus eher egal Lange Pässe, Longshot-Taker, Spielmacher, Teamplayer, Loyal und Diver Loyal und Diver weiß ich nicht so ganz, wie die sich auswirken im Ultimate-Team-Modus Aber sie sind vorhanden und der Typ hat einfach unendlich viele Trades Der Preis ist vollkommen in Ordnung 150k auf dem PC, auf der Playstation 3 90, auf der Xbox 100 Hier, super Flanke im Lauf, da kann man nichts gegen sagen Sonst, wie sieht das aus mit der Konkurrenz? Ich sag mal, der direkte Konkurrent, super in Form groß Oder zweiter in Form groß, sagen wir es mal so Ist schlechter, weil sein Schuss einfach nicht so überkrass ist, wie der von Gérard Aber darauf werde ich gleich im Fazit nochmal zu sprechen kommen Denn die Konkurrenzsituation hat ja auch was mit dem Preis zu tun Gucken wir uns das doch mal genauer an Erstmal sein Fazit Auf der Pro-Seite sind mehr Dinge aufgelistet als auf der Kontra-Seite Das ist selbstverständlich Und zwar, sein Schuss ist sehr genau Wie gesagt, er kann außerhalb des 16ers abziehen Im 16er Doll schießen, angeschnitten schießen Das ist alles solide Da sind richtig, richtig, da ist Wumms hinter Und das ist einfach richtig geil mit denen Das macht richtig Spaß Die 99 Shotpower sind fühlbar Das sind die bei Kroos nicht Kroos hat 99 Shotpower und 99 Longshots Also sowohl Schusskraft als auch Fernschüsse liegen im Bereich von 99 Oder genau auf 99 Und die Werte sind nicht fühlbar Bei Gérard ist es der Fall Wenn der schießt, da ist Wumms hinter Da denkt man sich, als Maul Der Schiedsrichter muss sich jetzt Der Schiedsrichter, sage ich schon Der Torwart muss sich jetzt anstrengen Der muss jetzt richtig Sich Mühe geben, diesen verdammten Ball zu halten Damit die einfach kein Gegentor bekommen Und Gérard haut das einfach so raus Mit links, mit rechts, angeschnitten Das interessiert den nicht Dann Super Stellungsspiel, Laufwege Er ist vorne, er ist hinten Er kämpft, er arbeitet Der Vorteil ist halt wirklich Dass er im Ultimate Team Modus 99 Ausdauer hat Denn dann kann der auch arbeiten Im Karrieremodus würde das mit Sicherheit Ein bisschen anders aussehen Dann Die Ecken und die Flanken im Lauf Habt ihr gesehen Das sind makellose Pässe, die er gibt Ecken super gefährlich Immer ihn schießen lassen Dann Auf jeden Fall Flanken Wenn man mal außen mit ihm langlaufen sollte Aus welchem Grund auch immer Flanke im Lauf Und der Ball kommt Perfekt Das ist kein Witz Auf der Kontraseite finden wir nicht viel Man kann böse oder negativ anrechnen Drei Sterne Spezialbewegung Drei Sterne schwacher Fuß Als ZOM reicht es für mich Ist es in Ordnung Er hat bei mir ausreichende Tore Mit dem linken Fuß geschossen Heißt Ist es in Ordnung Das passt Das ist okay Dann Plus Minus Ist der Preis gerechtfertigt Nochmal 150k auf dem PC 90k auf der Playstation 3 100k auf der Xbox Ja Verdammt nochmal Ja Der zweite Inform von Groß Geht beispielsweise auf dem PC Für knapp 300k weg Der ist dagegen Der ist gegen Gerard ein Pups Egal ob ZOM Oder sogar ein 4-3-2-1 Im ZM Gerard hat Allrounder Werte Der Typ geht ab Der Typ sagt einfach Zu euch Ich mach das Ich nehm das in die Hand Ich hab Bock Deswegen Gucken wir mal In die Barclays Premier League Wer ist direkter Konkurrent Zweiter in Form Santi Gorsola Und Nasri Die sind beide nicht viel billiger Santi Gorsola liegt in etwa gleich auf Die nehmen sich nichts Deswegen Fazit 4,5 Sterne Meiner Meinung nach Preis lässt sich drüber streiten Deswegen lass ich es mal Bei 4 Sternen Er kriegt natürlich den Daumen nach oben Das ist doch selbstverständlich Meiner Meinung nach Einer der besten Inform Spieler Die ich bis dato getestet habe Also Wie ist eure Meinung zu Inform Gerard Wenn ihr ihn schon hattet Oder wenn ihr ihn gekauft habt Schreibt es mir In die Kommentare Bis zum nächsten Mal Euer Hahn Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal